Wir haben vor zweieinhalb Jahren ungefähr im Mannheim Kapitol wir beide gespielt, oder? Ja! War ich mal da? Ja! Der Treu ist echt wie viel geil zu sein. Soll man schon auf den Mama, oder? Bei der Mama, was weißt du, dann steht die so weit vorne. Der ist immer zu laut normal, das wäre egal. Und immer weiter hinten angesiedelt. Aber wir haben alle sehr, sehr spannende dreijährige über uns, oder? Dreijährige über uns schon, ja. Wir haben ein großes Jubiläum gefeiert im August. Du bist einer meiner besten Freunde, das schwimmt dann. Muss ich sagen. Wir sind ja alle sehr gute Freunde hier, deswegen, man darf nicht einen erfreuen. Aber ich fand schon ein guter, das ist ein sehr guter Typ. Ich mag dich auch sehr, Max. Danke, danke. Wir wollen uns jetzt noch einen Abend. Ja, es ist so ein Weihnachter rum, da ist man einfach lieb zueinander, weißt du? Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt drei wirklich sehr gute Jahre hinter uns gebracht. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte gedacht, dass man jetzt unbedingt in drei Jahren genau hier stehen wird, vor so vielen Leuten. Das ist echt krass, Leute. Du musst da auch freuen, so ein kleines Tränchen, muss ich unterdrücken, weil es wirklich, äh... Nee, wirklich, es ist krass. Also für mich war es immer so ein Traum, so als ich angefangen habe, so ein Jugendreffs zu spielen, einmal so im tollen Haus oder im Substage in der Heimat zu spielen. Ja, war mega geil. Das wäre auch ein riesen Dankeschön mit, dass ihr schon so lange am Start seid und das Ganze möglich macht und mit einem Album. Dass wir immer weiter auf Tour gehen können und so soll es noch viele Jahre weiter gehen, wie gesagt. Ja, ja, hätte ich Bock drauf. Ja, ich könnte auch zwei, drei Jahre mit der Heimat in der Schule, weil dann Kinder... Also wenn du die Küche öfters mal saubern... Also wenn du die Küche öfters mal saubern... Also wenn du schon mal so eine Candy Family... Candy Family. Okay, hör, mach, ey. Also wenn findet sich da jemand, der... Okay, let's go! Okay, hör, mach, ey. Now and then I feel when we were together... And when you said you felt so happy you could die... I told myself that you were right for me... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020